Wir haben jetzt schon einige Komponenten der Websuche kennengelernt. Es beginnt mit einem Webcrawl, wo sich die Suchmaschine eine Kopie des öffentlich zugänglichen Webs erzeugt. Dann werden für alle Schlagworte Vorkommenslisten erzeugt und es ist wichtig dabei, dass die Webseiten, die wichtig sind, die relevant sind, dass die vorne stehen in den Vorkommenslisten. Wie das gemacht wird, habe ich Ihnen noch nicht erklärt. Dann habe ich Ihnen geklärt, wie man zu einem Schlagwort Binärsuche benutzen kann, um die Vorkommensliste zu finden. Und wenn die Suche mehrere Schlagworte enthält, dann benutzt man eine Art Verfahren wie bei Sortieren durch Mischen, um die Webseiten zu finden, wo alle Schlagworte vorkommen. Was ich Ihnen jetzt noch schuldig bin, ist Ihnen zu erklären, wie man Webseiten nach ihrer Relevanz anordnet. Ja, also wie ordnet man eine Milliarde Webseiten nach ihrer Relevanz? Was ist das wichtigste Buch? Es gibt Listen im Internet, auf Wikipedia, wo die 50 wichtigsten Bücher der Welt vorgestellt werden und da steht vorne wahrscheinlich sowas wie die Bibel, da steht das Kapital, da wird oft Ulysses von James Joyce genannt, da steht der Koran und so weiter. Diese Anordnung geschieht nach Inhalten. Also da haben sich Leute die Bücher angeguckt und haben gesagt, ja, der Inhalt der Bibel, das ist unglaublich wichtig, der Inhalt des Kapitals ist unglaublich wichtig und so weiter und so weiter. Jetzt bei der Anordnung der Webseiten wird das anders gemacht. Man ignoriert den Inhalt und konzentriert sich auf die Links. Sehen wir uns das an. Also nochmal zur Erinnerung, die Gestalt einer Webseite. Webseiten bestehen aus Text, Bildern und Verweisen. Verweisen, auch Links genannt, Verweise auf andere Webseiten. Die Links verweisen auf andere Webseiten und die Bestimmung von Relevanz, wie das etwa Google macht oder auch andere Suchmaschinen ist, sie vergessen den Inhalt und konzentrieren sich auf die Verweise. Das mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, aber das ist durchaus etwas, was man an anderer Stelle auch macht. Etwa bei Instagram spricht man über die Follower. Bei Twitter ähnlich, die Abonnenten. Das sind auch Leute, die auf etwas zeigen. Bei einer Zeitung auch die Auflage, die Abonnenten. Abonnenten sind, die zeigen auf die Zeitung und sagen, das ist die Zeitung, die ich am liebsten lese. Bei Twitter, ich habe mich für bestimmte Twitter-Accounts eingeschrieben. Instagram, ich folge bestimmten Leuten. In der Wissenschaft die Anzahl der Zitate auf eine Arbeit. Also das ist auch das, wie viele andere Arbeiten haben diese Arbeit nützlich gefunden. Das ist die Anzahl der Zitate auf eine Arbeit. Also das sind alles, wo man eigentlich den Inhalt vergisst, sondern nur zählt, wie viele andere Personen, wie viele andere Webseiten, wie viele andere Abonnenten auf eine bestimmte Sache zeigen. Jetzt, das führt hier zu dem, das Verfahren das Google benutzt, nennt sich PageRank. Und es ist, glaube ich, offen, ob PageRank heißt Seitenrang. Page ist das englische Wort für Seite. Oder ob es benannt ist nach Larry Page und Sergey Brin. Hier unten rechts sehen Sie die zwei Gründer von Google. Und ein sehr ähnliches Verfahren hat ungefähr zur gleichen Zeit erfunden John Kleinberg. John Kleinberg ist Professor an der Cornell University. Und das Prinzip von PageRank ist, eine Seite ist wichtig, wenn wichtige Seiten auf Sie zeigen. Ein Mensch ist wichtig, wenn wichtige Leute ihn für wichtig halten. Also nicht nur, dass viele Leute jemanden für wichtig halten, sondern auch noch, dass wichtige Leute ihn für wichtig halten. Eine Seite ist wichtig, wenn wichtige Seiten auf Sie zeigen. Also das ist ein selbstbezüglicher Prozess. Ich bin wichtig, wenn wichtige Seiten sagen, ich sei wichtig. Das können Sie sich sehr gut vorstellen. Etwa, wer ist bekannt unter unseren Politikern? Angela Merkel. Und warum ist Angela Merkel? Weil zum Beispiel die ganzen anderen Staatsleuten, Macron, vielleicht Trump nicht, sagen, sie ist wichtig. Jetzt machen wir das mal operationell. Wir führen eine Größe ein. B und ein W. Die Relevanz der Seite W. Wir kennen das noch nicht. Wir tun jetzt so, als ob wir schon wüssten, dass es diese Größe gibt und fragen uns nach ihren Eigenschaften. Etwa, wenn ich eine bestimmte Wichtigkeit habe, sagen wir mal klein b, und auf fünf andere Seiten zeige, dann gebe ich an jede ein Fünftel meiner Relevanz weiter. Also dann gebe ich an jede b Fünftel weiter. Das ist ein vernünftiges Postulat. Ich habe eine gewisse Wichtigkeit, ich zeige auf andere Seiten. Und wenn ich auf fünf andere Seiten zeige, gebe ich an jede ein Fünftel meiner Wichtigkeit weiter. Wenn ich auf zehn Seiten zeige, dann gebe ich an jede ein Zehntel meiner Wichtigkeit weiter. Jetzt machen wir also das Denken wir weiter. Also nochmal, wir haben die Wichtigkeit der Seite W. Jede Seite W gibt an jeden Nachfolger den gleichen Bruchteil seiner Wichtigkeit weiter. Also bei drei Nachfolgern jedem BW über drei. Jetzt zeigen auf einen Knoten W bestimmte Seiten. Und nach der Regel da oben fließt über jede Seite eine gewisse Wichtigkeit ein. Die sammelt das W auf. Er summiert das hier auf, plus das hier auf, plus das hier auf. Da kriegt er eine gewisse Summe. Ich nenne die mal S unten W. Und die Forderung ist dann, das was er aufsammelt, ist das was er weitergeben kann. Also BW gleich SW. Sehen wir uns das an einem konkreten Beispiel an. Ich habe hier mal einen Graphen aufgezeichnet mit vier Webseiten. Die Webseite 1 zeigt auf die Webseite 2. Die Webseite 2 zeigt auf die Webseite 1 und auf die Webseite 3. Die Webseite 3 zeigt auf 1 und 4 und so weiter. Also jetzt schreiben wir das uns mal hin, was wir gesagt haben. Für die erste Webseite gilt was? Die Wichtigkeit ist das, was sie aufsammelt. Was sammelt sie auf? Auf die erste Webseite gibt es drei eingehende Kanten. Von der Webseite 2 gibt es eine eingehende Kante, B2. Und die zweite Webseite hat zwei ausgehende Kanten, nämlich hier und hier. Und das bedeutet, die erste Seite sammelt die Hälfte der Wichtigkeit auf von der zweiten Seite. Dann schauen wir uns die Webseite 3 an. Da gibt es auch eine eingehende Kante zu 1. Die Webseite 3 hat auch wieder zwei ausgehende Kanten. Und deswegen sammelt die erste Webseite auch B3 halbe auf. Die Hälfte der Wichtigkeit von 3. Und da gibt es noch eine eingehende Kante von der Seite 4. Die Seite 4 hat wieder zwei ausgehende Kanten. Und das heißt, auch von der Seite 4 sammelt die Seite 1 die Hälfte auf. Schauen wir uns noch andere Seiten an. Die Seite 2 hat zwei eingehende Kanten. Damit das jetzt klarer wird, nehme ich vielleicht eine andere Farbe. Also die Seite 2 hat zwei eingehende Kanten. Einmal von der 1 und einmal von der 4. Die 1 hat nur eine ausgehende Kante. Und deswegen sammelt die Seite 2 die ganze Wichtigkeit von der Seite B1 auf. Die Seite 4 hat zwei ausgehende Kanten. Und deswegen sammelt die Seite 2 die Hälfte der Wichtigkeit der Seite 4 auf. Das ist dieser Term. Gehen wir weiter. Die Webseite 3. Die hat eine eingehende Kante. Wegen wir wieder andere Farbe. Die Webseite 3 hat eine eingehende Kante. Und die kommt von der 2. Die 2 hat zwei ausgehende Kanten. Und das heißt, die Seite 3 sammelt auf die Hälfte der Wichtigkeit der Seite 2. Und jetzt noch zur Seite 4. Die Seite 4 hat eine eingehende Kante. Die kommt von der Seite 3. Die Seite 3 hat zwei ausgehende Kanten. Und deswegen übernimmt die Seite 4 die Hälfte der Wichtigkeit von der Seite 3. Jetzt haben wir dieses Kleidungssystem. Und das müssen wir jetzt lösen. Das haben Sie in der Schule gelernt, wie man ein Kleidungssystem löst. Das rechne ich Ihnen jetzt nicht vor. Und eine Lösung steht dann hier. Hier habe ich noch die zusätzliche Bedingung benutzt, dass B1 plus B2 plus B3 plus B4 gleich 1 ist. Oder vielleicht sollte ich Ihnen doch vormachen, wie man das Kleidungssystem löst. Also hier habe ich B4 ist B3 halbe. Wenn ich das hier einsetze, dann kriege ich das ist B1 plus B3 Viertel. Und hier oben habe ich auch noch mal ein B4 halbe. Das kann ich auch ersetzen durch B3 Viertel. Jetzt habe ich nur noch, also das B4 kommt jetzt nicht mehr auf der rechten Seite vor. Jetzt habe ich hier das B3. Das ist das B2 halbe. Das heißt, das hier kann ich ersetzen durch B2 Achtel. Und das B3 halbe kann ich ersetzen durch B2 Viertel. Und das kann ich ersetzen durch B2 Achtel. Und jetzt kommt nur noch das B1 und das B2 vor. Hier oben können wir schon sehen, dass B1 ist B2 mal 1 Halb plus 1 Viertel plus 1 Achtel. Das ist 7 Achtel B2. Und jetzt setzen wir ein in diese Gleichung. In die hier. Da steht jetzt B2. Hoffentlich kriegen wir da jetzt nicht. Probieren wir es einfach mal. Ne, da kriegen wir noch mal das Gleiche. Da steht nämlich auch da, wenn wir das rüberbringen, dann steht da 7 Achtel B2. Gleich B1. Ja, das ist das Gleiche. Aber wir können jetzt zurück übersetzen. Das B3 ist, wir haben das B3 ausgedrückt. Hier das B4 können wir ausdrücken als B2 Viertel. Dann haben wir das B4 ausgedrückt in Form von B2. Das B3 haben wir ausgedrückt in B2. Und das B1 haben wir ausgedrückt in B2. Das setzen wir jetzt hier ein. Dann kriegen wir 7 Achtel B2 plus B2 plus B3. Das ist B2 Halber plus B4. Das ist B2 Viertel. Das ist 1. Dann bringen wir das auf den Hauptnenner. Wenn wir das auf den Hauptnenner bringen. Der Hauptnenner ist Achtel. Dann kriegen wir Achtel mal B2 ist 1. Und oben kriegen wir 7 plus 8 plus 4 plus 2. Ja, die 7 von hier, die 8 von hier, die 4 von hier, die 2 von hier. Und das heißt, B2 ist 8 geteilt durch, das ist 15, 19, 21. Dann haben wir das hier. B2 ist 8,21. Dann haben wir B1 ist 7 Achtel B2. Das ist das hier. Dann haben wir B3 ist B2 Halber. Also 4,21. Und B4 ist B2 Viertel, 2,21. Auf diese Art haben wir das Gleichungssystem gelöst. Und haben die Wichtigkeit aller Webseiten bestimmt. In der nächsten Einheit zeige ich Ihnen jetzt noch eine andere Art, wie man die Wichtigkeit der Webseiten bestimmen kann.